Okay, hier ist ein Teufelsraum. Den Teufelsraum kann ich aber auch weg... Äh... Na? Wegwürfeln. Und das Mark nehme ich auf jeden Fall mit. Und... Das würfelt mir. Jawohl, und den Pack nehme ich auch mit. Yay! Jetzt brauche ich ganz viele... blaue Herzen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Wow! Jetzt habt ihr auf jeden Fall Schaden bekommen. Alter! Wie viel Schaden machen wir jetzt mit aufgeladen? Yo! Und vor allem... Äh... Dingens. Tears ab, schaut euch das an. Wow. Das ist cool. Na gut, Freunde, aber ich würde sagen... Ich mache dann erstmal einen Schnitt. Bis gleich. So, Freunde, da bin ich wieder. Und, ja... Sehr erfolgreich war es nicht. Aber ich habe, glaube ich, zwei oder drei blaue Herzen bekommen. Habe den Crystal Ball getroppt. Aber ich glaube, ich bleibe bei meinen Würfeln, weil... Der ist besser. Aber ich habe noch die Lovers bekommen. Und deswegen... Kann ich hier noch ein bisschen dem Teufelsbettler spenden. Vielleicht bekomme ich ja von dem noch was Tolles. Wäre auf jeden Fall toll. Weil... Rote Herzen brauche ich jetzt ja... Eigentlich nicht mehr. Beim besten Willen. Und du gibst mir gar nichts, oder? Du bist... Toller Typ. Hi-hey. Grandios. Na gut, aber ich habe noch Mom's Pearl bekommen. Jetzt habe ich die Chance auf blaue Herzen. Blaue Herzen zu spawnen. Naja. War es nicht so erfolgreich, aber meine Güte. Ich habe jetzt eine Menge... Tears ab und... Damage abbekommen. Schauen wir doch mal, wie das jetzt läuft. Und... Ja, ich bin gespannt. Ich möchte ja in dem Run auf jeden Fall... Isaac machen. Weil... Mit Isaac selbst habe ich ja schon mal... Satan gemacht. Und das heißt... Jetzt werde ich Isaac probieren. Ach, hier ist noch ein halbes Satz. Das ist schön. Kann ich noch einmal benutzen. Bringt aber auch nichts. Okay. Dann gehen wir weiter. Und schau mal... Ah, jetzt kann ich hier rein. Das ist schön. Nein. Geh weg. Oh, wir machen Schaden. Auf jeden Fall. Das merke ich schon. Eieieiei. So, erst mal diese kleinen Viecher töten. Meine Güte, sind die nervig. Und ich mache Schaden. Auf jeden Fall. Wow. That Damage. Schaut es euch an. Eieieiei. So, gehen sie drauf. Und nochmal Piep. Yay. Alle lieben Piep. Schaut euch dieses Maschinengewehr wieder an. Eieiei. Wum, 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 wum. Wenn ich mal treffen würde mit diesen komischen Schüssen. Zack, 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 zack. Oh, yeah. Da. Gehen sie drauf. Danke. Einroh, das hat's. Das ist gut. Und hier ist der Geheimraum. Okay. Okay. Ich habe aber keine Bombe, mit der ich das nutzen könnte. Okay. Jetzt machen wir hier das Ding fertig. Diese Schüsse, die sind so random. Okay. Zack, zack, zack. Noch mehr davon. Was haben wir hier? Tease down. Na gut. Hat es nicht so viel aus? Ach, spawnen doch nicht direkt neben mir. Was ist das denn? Hör doch auch damit. Okay. Jetzt sind wir wieder voll. Das ist schön. Na, das Tease down war nicht so toll. Das merkt man schon. Auf jeden Fall. Na gut, das ist das Risiko, wenn man Film benutzt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Heute nicht. Sagt er heute nicht. Oh. Dumm und Viecher. Oh. Gegen Superlust. Da bekommen wir, glaube ich, immer den... Was bekommen wir denn von der? Den Virus? Nö, der Pille. Okay. Und die Pille macht? Bad Gas. Yay. Okay. Wir haben eine Bibliothek und den Shop. Bibliothek gehe ich auf jeden Fall. Die Bibliothek kann man schön mit dem Würfel benutzen. Das ist eigentlich schön, dass ich die Bibliothek gleich gefunden habe. Oh, Chappie. Meine Güte, du hältst viel aus. Zack, 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 zack. Das ist auch gut, dass wir so viel Ranger bekommen haben. Dann kann ich über das ganze Feld schießen. Das ist echt toll. Wenn ich ihn denn mal treffen würde. Alter. Komm ran. Komm ran. Danke. So, ich habe doch einen Schlüssel. Jawohl. Gut, dann nehme ich nämlich das Book of Revelations. Nimm es aus dem Pool. Und dann ist das Book of Belial. Nimm es aus dem Pool. Und dann würfel ich die Schose weg. Dann benutze ich das hier noch. Und das anerchisten Buch. Und wenn ich jetzt noch mal den Würfel aktivieren, dann kommen irgendwann Items raus, die wir bisher noch nicht hatten. Wenn nämlich alle Bücher durch sind, dann kommen keine Bücher mehr. Ist ja logisch, ne? Irgendwo. Schon wieder blauer Stein. Zwei blaue Steine, okay. Ach, guckt euch diese Schüsse an. Meine Güte, das ist so in der... Ich bekomme keine Schlüssel. Das gefällt mir nicht. Das finde ich nicht gut. Da. Was ist das denn? Okay. Gut, wie mache ich dich jetzt wieder? Mit der Fliege? Oder so? Okay, wo gehe ich lang? Ich gehe nach unten. Ist auch ein Geheimraum. Ich war in beiden Geheimräumen schon nicht drin. Und tschüss. Okay, ja, wenn auch eine Pille. Die wieder in Random Effect macht. Telepils. Wo bin ich? Wo bin ich? Ich weiß es nicht. Irgendwo. Wie jetzt so ein Raum höher gebeamt worden? Okay. So, schüss mit dir. Und wie mache ich dich jetzt? Mit der Fliege? Die Fliege will wir ja nicht. Hallo, Fliege? Oh. Danke. Okay, einen Schlüssel habe ich. Was mache ich denn mit einem Schlüssel? Ich habe so viel zur Auswahl, was ich machen kann. Erstmal diese Viecher sprengen. Oh, was? Was? Ein Schlüssel? Nein. Okay. Okay. War es schön. Oh, meine Güte. Was haben wir denn in Item-Raum? Erstmal da schauen. Crack in the Sky. Yay. Bringt mir ja fast was. Aber ich glaube, ich werde den Bücherraum, die Bücherei, wegwürfeln. Alter, ist die Chance größer, sie was bekommen. Wenn ich nicht noch Bücher habe. Ich habe noch Bücher übrig. Ah. Schade. Okay, hier ist noch. Kann ich das mit dem Book of Shadows machen? Hm, ich glaube nicht. Hm, sieht schlechter aus. Okay, ich kann auf jeden Fall in den Shop. Das ist gut. Kann ich den Kombas holen? Den will ich aber gar nicht. Ich will... Ich will ja blaue Herzen. Das heißt, ich hole mir die Bombe und das blaue Herz. Weil hier ist nämlich ein blauer Stein. Und wir haben irgendwo noch einen... ...einen Schlüssel. Okay. Mit diesem Schlüssel mache ich jetzt da oben die Kiste auf. Vielleicht ist noch eine Bombe drin. Ah, sind noch mehr Schlüssel. Jetzt habe ich genug Schlüssel. Schlüssel. Hm, Schlüssel. So, was war hier unten? Ein Spielautomat. Vielleicht kriege ich eine Bombe. Oder eine Pille, die Bad Gas macht. Oder eine Pille, die Telepils macht. Hm. Noch mehr Münzen. Zockt mir doch mal ein bisschen. Mal schauen. Flipp. Noch eine Pille. Bad Gas. Ich möchte eine Bombe haben. Das wäre echt toll. Bombe, please. Gut. Keine Bombe für mich. Weil die beiden Geheimräume möchte ich ja auch eigentlich, ne? Ah. Und hier haben wir noch einen Battler. Oh. Na gut. Dann halt weiter nichts auf der Ebene. Machen wir schnell mal den Magen kaputt. Dürfte ja nicht sonderlich das Problem werden. Weil unsere Feuerrade und Stemmage ist immer noch ordentlich. Nur weil die Schüsse, die ist komisch. Flieg. Ja, ich spawn halt noch mehr. La, la. Nein. Ich bin nur noch am Gegner töten, ne? So, jetzt kann ich mal langsam wieder auf den Magen gehen. Zack, 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 zack. Wum, 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 wum. I kill you. Natürlich. Yay. Da lebt noch einer. Okay, das war jetzt random. Squeezy. Blaue Herzen und Tiers Up. Das ist schön. Das gefällt mir. Oh ja, das ist ein schönes Item. Auf jeden Fall. Okay, Curse of Darkness. Dann setze ich auch gleich mal Tiene-Pilze ein. Dann weiß ich wenigstens überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Und die Masten gefallen mir jetzt gar nicht eigentlich, ne? Weil so viele... Ich bin wenigstens keine Stachel oder so im Weg. So. Ah. Ja, 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 ja. Ach komm, dich hatte ich doch fast sicher down. Ach gut, jetzt erwische ich beide auf einmal. Wo bin ich jetzt? Ich hab keine Ahnung. Einfach ausharren. Nein. Stop it. Stop it. Stop it. Okay. Mein Würfel ist frei. Weiß ich, ob das gut oder schlecht ist. Weil ich hab den, äh, äh, noch kein Einium gefunden, wo ich wegwürfeln könnte. Ach, Spinne, du nervst. Weißt du das? So. Ne Bombe. Okay. Ich flüchte mich wieder in mein Schwelsen. Das ist mir sicherer. So. Okay. Spinnen. Kein Problem. Ich kenn mich übrigens jetzt wieder gar nicht mehr aus, wo ich schon war, aber es macht ja nichts, ne? Boom. Keine Reaktion. Alter, Knowski. Hier ist der Geheimraum? Ja, hier ist der Geheimraum. Okay. So, wenn der mir Steam-Cell droppt, kann ich das wenigstens mal wegwürfeln. Ich hoffe, das funktioniert. Weil manche Items sind nämlich fest und die kann man auch nicht wegwürfeln. Wie zum Beispiel den Cube of Meat von einem Reiter. Den, wenn man wegwürfelt, bekommt man immer wieder in den Cube of Meat. Oh nein, nicht du schon wieder. Nicht du schon wieder. Und diesmal mache ich auch mehr Schaden. Ja. Boom, 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 boom. Stimmigst. Ja, unser... Unsere Feuerrader und Damage ist echt gut. Und jetzt durch Squeezie wieder. Wir haben ja nochmal einen Boost bekommen. Du erwischst mich nicht. Du erwischst mich nicht. Oh nein. So. Und weg mit dir. Gut, ich gues mal... Da war ich anscheinend schon. Was? Ich kenne mich nicht aus. Boah. Na gut, dann. Da war der Hit unausweichlich. Unausweichlich. Ich hätte mich ja von Anfang an in den Felsen retten sollen. Warum habe ich das nicht gemacht? Und war mal wie mir jetzt hier hinten lassen. Das war ja grandios. Komm. Gleich in die Felsen. Ja. Ich kann nicht auf so viele Laser gleichzeitig achten. Weil das sind halt meine blauen Herzen, ne? Wo da drauf gehen. Das ist halt das Schade daran. Und ich kenne mich nicht aus. Wo bin ich? Alter. So, du stirbst in den Stacheln. Tschüss. So, jetzt kann ich hier rein. Huch. Okay, jetzt muss ich mal kurz schauen. Habe ich... Habe ich schon ein Katzen-Item? Nö. Nö. Schade. Ich habe kein Katzen-Item. Weil dann könnte ich mir nämlich jetzt Skapi... Hätte ich mir jetzt Skapi machen können? Alles mögliche weg. Und das bringt mir auch nichts, oder? Will ich Brimstone? Brimstone? Ich glaube, ich nehme Brimstone. 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 Weil mit unserem... Unserer Feuerrate und dem Damage... Ich glaube, das dürfte ein guter Laser werden. Jo. Mal wieder Brimstone. Ich habe wenigstens dieses komische... Äh... Button-Mashing weg. Weil das regt mich auf. Okay, das hat mich getroffen. Ja, der Laser ist, glaube ich, gut. Vroom. Brr. Warum treffe ich nicht? Was ist das denn? Egal. Der Laser macht Schaden. Was halt ein Laser auch machen soll. Okay, was ist das? Ranger. Das bringt mir jetzt gar nichts mehr, weil... Laser, ne? Okay. Ah, die blauen Herzen gehen langsam zur Neige. Das... Äh... Äh... Weiß nicht, was ich davon halten soll. Komme ich von da her? Ich... Keine Ahnung. Ich hasse es, wenn ich keine Maps sehe. Das ist so schlimm. Da. Grässlich. Wow. Ich kenne mich nicht aus. Uiuiui. Nein. Ich zeige euch mal Laser, Leute. Das ist ein Laser. Freude. Der Unterhaltung. Okay. Def. Warum habe ich den nicht getroffen? Wärr. Wärr. Nein. Ach, komm. Nee, ist klar. Ne, so viel Schaden mache ich aber gar nicht mit dem Laser, wie ich dachte. Dachte, ich mache viel mehr. Geht mal weg, ihr komische Sensen. Danke. So. Wärr. 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 Und wärr. Oh, ich mache Brimstone. Brimstone ist toll. Okay, das kann ich eh nicht wegwürfeln, wie schon erwähnt. Ach, komm, wir gehen Diva. War so lecker jetzt. Jetzt sehe ich mal wenigstens wieder an der Karte. Au. Ach, damit. Was bin ich denn nicht so langsam? Ich war doch mal schneller. Was hat mich denn langsamer gemacht? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, da stehe ich immer so hoch, dass ich dann nicht treffe oder was. What the hell? Wärr. Wärr. Ah, doch macht schon genug Schaden, der Laser. Passt schon. Ist ausreichend. Wärr. Das ist ein Kampfraum da unten. Da komme ich sogar rein. Kann ich eventuell das Item wegwürfeln, wenn eins drin wäre? Yes! Hoi! Hoi! Und? Ach, schön. Was war das eigentlich? Ach, ja, der Fool. Er braucht so ein Item. Nimm ich die High Priestess mit, dass es wenigstens noch ein bisschen Schaden. Und ich bin natürlich wieder den falschen Weg gegangen. Warum hat das nicht getroffen? Ich weiß es nicht. Und das hat alle drei getroffen? Okay. Aber trifft das immer nicht. Mein Anfangslaser trifft nie. Oh, da bin ich voll durch den Laser gelaufen. Das sollte man so tun. Auf jeden Fall. So, in den Stachelraum möchte ich gar nicht rein, weil meine Herzen machen mir Sorgen. Dafür, dass ich Mams Pearl habe, ne? Darauf habe ich echt wenig blaue Herzen. Und du stirbst in den Stachel. Na komm. Magician! Hey! Macht das überhaupt irgendwas beim Laser? Ist das mein Laser lila? Nö. Ach, Mensch. Dass ich aber auch immer den Boss zuletzt finde. Boah! Was für eine Masseverdichtung war das denn gerade? Okay. Jetzt kann ich wenigstens mal in den Geheimraum rein. Boom. Hey, Soa! Und drei Münzen. Hey. Das hat sich wieder mal voll gelohnt. Da ist auch kein Blaustein drunter. Schade. Ich glaube, dieses ist vorher aufladen. Das bringt überhaupt nichts, oder? Wollte ich in den Raum reingehe. Kommt irgendwie mal so vor. So, du stirbst in den Stacheln. Ach ja, da war ja der Heimraum. Moment, hat's ja. Ist ja der Signalton. Hat sich zu Wort gemeldet. Und zwei Blau. Oh! Gut, 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 gut. Ah, Envy. Gut, ich glaube, aber die können nicht... ...über die Steine laufen, ne? Nö, dann ist es kein Problem. Zack. 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 Boom. Und? Und noch mal. Yeah. Und ich glaube, das Blau-Feed ist trocken jetzt gar nichts, ne? Weil ich die Forever-Low-Fliege schon habe, ja. Okay. Gleich in den Steinen gerettet. Bin ich wenigstens sicher. So, rum. Und jetzt noch dich. Auch nix gebracht. Ja. Ja, 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 ja. Ui, ui. Leute. Okay. Ich hab, was machst du da? Machst du nicht... Warum hast du nichts gespawnt? Tschüss. Ja, lebst immer noch. Boom. Immer noch. Jetzt bist du aber tot. So, oben oder links? Ich geh oben. Ey, das war sogar mal richtig. Und der ist natürlich kurz bevor er K.O. gegangen ist. Er schwittert da in den Boden. Zack. Oh, Mensch. So. Und hier tue ich auch nochmal eine Bombe reinwerfen. Schade. Gut. Dann auf zum Boss. Ich glaub, das Feuer aufladen, das bringt echt nix. Na, das könnte ein spaßlicher Kampf werden. Boom. Boah, komm. Du musst doch mal am Treffen. La, 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 la. Ja, spuck mich, du... Spuck mich, du Na, du Ekelhafter. Ich muss mal am Treffen. So, Larry, das ist kein Problem. Zack. Und zack. Und zack. Zack. Ah, der Kampf könnte ein bisschen dauern. Alter. Oh, wow. Ich merke, das ist auch ein extrem langer Run. Jetzt schon. Wir sind jetzt schon bei... In einer Stunde quasi schon... Schon lange, lange, lange im zweiten Part. Okay. Und ich bin noch nicht mal bei Isaac. Oh, je, je. Ich mach ja auch keinen Schaden, wirklich. Okay. Also, nicht viel. Ich dachte eigentlich, der Blimstorm macht viel mehr Schaden. Zack. Zack. Komm, ich zueg auf, leise. Was willst du denn von mir? Wo sind deine Fliegen, bitte? Zack. Zack. Nix da, äh, Chub. Wollte ich jetzt Larry sagen. Das ist Chub. Zack. Um. Bleibst du nicht bald mal dauerhafter? Ja, endlich. Ja. Boom. Und. Boom. Und. Boom. Ja, bevor es überhaupt zum Spawn kommt, habe ich schon alles getötet. Wow. Boom. Das war ein langer Kampf. Alter. Wow. Aber wie gesagt, wir wollen zu Isaac. So, in welche Richtung gehe ich? Oh. Ich gehe nach rechts. Hallo, Gisch. Okay. Das war schon mal eine Sackgasse. Dann gehe ich nach oben. Okay. Ja, mit dem Laser kann man echt schön die Gegner töten. Das geht wunderbar. Zack. Okay, hier war ein Geheimraum. Da gehe ich doch mal rein. Es ist ja noch ein schönes Item dahinter. Der Umst-Stachel-Raum. Okay. Okay. Ah. Oh. Uiuiui. So. Es hat diese Explosionsvieh hier weg. Und dann noch euch weg. So. Also. Wie mache ich das jetzt? Ich kann ja rein, ohne Schaden zu nehmen. Und dann kann ich mich raus... Ach nee, das sind dann auch Stacheln. Ich gehe da gar nicht rein. Ich mache lieber das hier. Oh. Uiuiui. Steven. Das ist ein Damage-Upgrade. Das ist schön. Aber das hatten wir auch noch nicht, oder? Steven. Oh, Mann. Ha. Das war halt ein gutes Damage-Upgrade. Das macht, glaube ich, zwei Stufen hoch. Yo. Okay, hier ist wieder der Geheimraum. Und ich habe natürlich wieder eine falsche Abzweihung genommen. Ah. Mach ich dann. Weil ich kann jedes blaue Herz gebrauchen, das ich bekomme. Ach. Ah. Ai, ai, ai. Au. Na, fünf solche Vieh hier sind echt nicht schön. Hallo, boah. Hi. 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 Ja, ich scharzt schon nur weiter, hast du schon recht. Okay. Schnell genug sind wir ja zum Glück. Vum. 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 Okay. Was ist das denn? Feuerraum? Huiui. Immer aufpassen, dass die einen nicht beschießen. Diese Feuer. Warum habe ich jetzt nicht getroffen? Das gibt keinen Sinn. Okay, da war nichts drunter. Noch mehr Kisten. Kamikaze. Das kann ich wegbeamen. Wegbeamen. Wegwürfeln. Zehn blaue Bomben, wollte ich jetzt sagen. Was zum Teufel? Blaue Bomben. So, springt euch gegenseitig ab. Kriegt die nämlich schaden, wenn die sich gegenseitig abspringen? Komm, quasi schaden, wenn sie sich bespringen. Okay. Das klingt falsch, aber gut. Ah, jei, jei. Ja. Das ist aber auch duppen. Warum kann ich den Raum vorher nicht aufladen? Das klingt doch sonst auch immer. Das verwirrt mich komplett, ne? Oh, da ist war der Boss. Ich bin begeistert. Okay. Okay, 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 okay. Ah, da, da. Ah, da, da. Geht weg. Lasst mich in Ruhe. Geht weg. Ja, jetzt binde ich genau in der Sekunde weg. Hast schon recht. Alter. So, da ist der Boss. Okay. Dann kann ich das nochmal wegmachen. Das Game Kit. Oh, das kann ich für den Boss nehmen. Das ist schön. Oder ich nehme das Game Kit um in dem... Ah, ne, das bringt mich ja nichts. Ne, ich nehme das Game Kit, das passt schon. Habe ich einen Unicorn-Infekt. Habe ich jetzt für Isaac quasi den High Priestess. Das Game Kit. Und halt mein Laser. Das sind schon mal gute Voraussetzungen. So, dann benutze ich hier noch den Automaten ein bisschen. Es könnte... Doch, doch. Das werde ich schon schaffen. Isaac. Ai, ai, ai. Lala. Lala. Guck ich jetzt bitte irgendwas? Hallo? Bitte? 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 Was ist das? Zur Fahrt. Okay. Was ist das? Haha. Doppelt hält besser, oder was? Hallo? Neb meine Münzen, verdammt. Und jetzt habe ich keine Münzen mehr. Abwechst ein... Wow. Ein blaues Herz. Ich bin ja begeistert. So, was ist das? Irgendeine random Pille? Okay. Und du gibst mir Bomben. Die Pille macht... Tschüss ab, yes. Schön. Gut, dann hauen wir jetzt... ...eissig auf die Phrase. Wieder mal gespannt. Ich könnte noch da drin... Ach, komm. Zack. Auch wenn es wahrscheinlich nicht mehr viel bringt. Aber egal. Yay, yay, yay. Geld. Brauche ich auch noch alles. Unbedingt. Okay, aber das High Priest ist... Damit können die schon mal die erste Phase irgendwie überstehen. Mit High Priest ist und das Game. Und dem Game Kit. Ja, mal schauen, wie ich es mache. Isaac vs. Isaac. Zack. Zack. Wobei, so läuft es eigentlich auch relativ gut. La, 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 la. Ich sehe halt da echt kein Problem mehr, wenn die Engelchen da sind, weil... ...ne? La, 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 la. Ich versuche noch ein bisschen so zu hauen. Ah, das läuft aber. Zack, jetzt machen wir mal den High Priest. Oh yeah. Da, da, da. 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 La, 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 la. Engelchen? Nein. Stop it. Stop it. Ich bin schon wieder zu viel Engelchen. Nein, das ist nicht. Uiui. Uiui. La, 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 la. Oh mein Gott. Stop that cheat. Stop that cheat. Uiuiui. Okay. Vum. Vum. Du, erwisch mich nicht. Nein. So, und jetzt machen wir das. Yay, 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 yay. Fressen, 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 fressen. Nom, 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 nom. Nom, nom, nom. Den D20. Habe ich freigeschaltet. Wunderbar. Jawohl. Wir haben es geschafft. Oh yeah. Ah, schön. Warum ich jetzt den Game Kit erst so spät aktiviert habe, weil der Game Kit würde nämlich, wenn ich, falls der Fall eingetreten wäre, ich hätte 1, 2, meinen roten Herzen verloren, hätte das nämlich auch meine roten Herzen geheilt und ja, die Option wollte ich mir aufsparen, falls ich wirklich so viel gehindert werden wollte. Aber ihr habt es, ihr seht, ich brauche eigentlich nur 5 Herzen oder so für Isaac und dann schaffe ich das meistens. Na gut. Egal, wir haben es geschafft. Ich freue mir. Ein Schnitzel. Oh mein Gott. Dam, 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 dam. Gut, Freunde, dann würde ich aber sagen, damit haben wir jetzt übrigens in der Mitte das Foto vervollständigt und was es damit auf sich hat, naja, lasst euch überraschen. Ah, jetzt würde ich erst mal sagen, das war es dann erstmal wieder für heute wohl Let's Play The Binding of Isaac und ja, man sieht sich dann in. Nächsten Run wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.